Ich freue mich, dass du dir gerade einen Moment Zeit nimmst, dich für Chameleon und Reiseideen24 inspirieren zu lassen. Über die Feiertage und zu Jahresbeginn ist die beste Zeit, vom Reisen zu träumen und die Träume wahr werden zu lassen. Vielleicht warst du auf unserem Erlebnistag und hast dich von unseren zwölf ReiseleiterInnen für eins ihrer Heimatländer begeistern lassen. Veronika, Thuan, Kethi, Jesus und alle anderen freuen sich schon auf dich. Dieser Newsletter gibt weitere Reiseinspiration und dein Reisebüro sowie alle Chameleons freuen sich, dich zu beraten. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir dieses Jahr mit der Chameleon Stiftung für eine Million Euro Regenwald kaufen und schützen konnten. Sowie mit 300.000 Euro viele soziale Projekte unterstützt haben, wie zum Beispiel das tägliche Mittagessen für 200 Kinder in der Grundschule auf Madagaskar. Mein großer Dank geht an alle, die durch die Buchung einer Chameleon-Reise dabei mitgewirkt haben. Für das neue Jahr wünsche ich dir und deinen Lieben vor allem Gesundheit, gemeinsame Freude und ganz viele glückliche Momente. Und für uns bei Chameleon und für unsere Freunde und Freundinnen weltweit wünsche ich, dass du in 24 die Reise deines Lebens machst. Und ja, die gibt es nur bei Chameleon. We are ready für dich und deine Buchung. Also, wir schauen uns zum Schluss. Wir sehen uns Videos. Wir sehen uns shoulders,及 die neue Typen anwärm. Wir sehen unsern ab. Und wir sehen unseres Ver Tomen, auf cowsh Enterprise und bei Chameleon. Wir sehen uns nicht das. Wir sehen uns zum Schluss. Hier können Sie sich unsere Wiederholen sehen. Wir sehen uns.